Hallo und im Namen des gesamten ProTech-Teams herzlichen Dank für den Interesse an unserer Kampagne. Mein Name ist Merich Jolsal und ich bin eines der drei ProTech-Gründungsmitglieder. Dieses kurze Video soll dir helfen, dich auf der Indiegogo-Seite zurechtzufinden, wenn du direkt über dein Handy den Link angeklickt hast und auf die Kampagne gelangst. Im Unterschied zu Laptop oder großen PC-Monitoren sieht es etwas anders aus. Wir haben ein Projektvideo im oberen Teil. Das ist leider Gottes, aber in der endgültigen Fassung nur in englischer Nachvertonung vorhanden. Dennoch, auch ohne Englischkenntnisse, wenn du es abspielst, siehst du und erkennst alles sinngemäß, was ProTech ist. Um den deutschen Text mit den Einzelheiten lesen zu können, scrollst du weiter runter, bis du siehst, ein rosa Knopf mit Story lesen. Da drauf drücken. Normalerweise bei PCs haben wir einen Link im oberen Teil, wo drauf steht, hier klicken für Deutsch. Dann springt es bis zur deutschen Übersetzung runter. Das ist jetzt auch der Unterschied bei Handys. Du musst von Hand wirklich den ganzen Text, den englischen, runterscrollen. In Englisch haben wir es natürlich deswegen auch, weil wir international diese Kampagne betreiben. Du scrollst das ganz durch, bis Ende der englischen Version draufsteht und dann beginnt die deutsche Version. Und somit kannst du wirklich die ganzen Einzelheiten durchlesen und dich informieren, was ProTech ist, wie es dir hilft. Du hast die ganzen technischen Details, du hast über uns Details drin. Und wenn du unsere Kampagne wirklich so toll findest wie wir und begeistert bist davon und sagst, das ist etwas, was du gerne unterstützen willst, dann hast du die Möglichkeit, in diesem Bereich einen wirklich tollen, tollen Perk oder auch eine Vergütung für deine Unterstützung zu bekommen. Diese bekommen nur Freunde und Bekannte von uns. Normalerweise andere, wenn wir da weiter runterscrollen, sehen wir, auch wenn sie ganz früh darauf zugreifen, dann müssen sie mindestens bei sehr frühen Unterstützern 34 Dollar plus Versand zahlen. Aber für Freunde, Bekannte und auch von Freunden, die Freunde, die haben 22 Dollar. Das ist ein Selbstkostenpreis. Wir verdienen hier gar nichts. Da ist auch der Versand schon drin. Das klickt ihr an und dann kommt ihr auf die nächste Seite, wo ihr die ganzen Daten dann eingeben könnt, wie Name, Adresse, E-Mail. Ihr könnt die Unterstützung mit EC oder Kreditkarte dann vornehmen. Und als allererstes geht das Geld dann an Indiegogo. Indiegogo behält das als Treuhänder. Nur wenn wir unsere Kampagne voll finanziert haben und im oberen Teil hier, seht ihr, wir haben ein festes Finanzierungsziel, dann wird Indiegogo uns das überweisen. Und dann können wir auch dieses Projekt realisieren und PROTECT kommt dann zustande. Falls wir dieses Ziel nicht erreichen, dann werden die ganzen Gelder, die die Unterstützer vorher schon beigetragen haben, wieder zurück überwiesen. Falls dir PROTECT gefällt, dann freut es uns natürlich auch, wenn du diese Kampagne teilst mit Freunden und Bekannten und dafür hilfst, dass diese gute Sache sich verbreitet. Vielen Dank für dein Interesse nochmal und für deine Unterstützung. Einen schönen Tag im Namen des gesamten Teams. Einen schönen Tag im Namen des Tages.